Hallo, willkommen bei Schattenwacht Tarot. Ich mischte heute Kartenlegen für Sternzeichen Waage für den Monat Dezember 2022. Ich habe dafür diese drei Tarotex bereitgelegt und möchte gerne mit euch gemeinsam schauen, was so die Waagegeborenen im letzten Monat des Jahres erwarten könnte. Ich lege links für Waage, rechts für das Gegenüber. Das Gegenüber kann hier eine Person bis hin zu einer Personengruppe darstellen. Also hier könnte es um deinen Partner gehen, deinen potenziellen Partner, Ex-Partner, Familie, Arbeitsumfeld, Freundeskreis. Je nachdem, welcher Lebensbereich dich momentan am meisten beschäftigt, wende bitte diese Legung darauf an. Die Rollen können natürlich auch vertauscht sein. Wenn Personenkarten auftauchen sollten, hier aus den Decks wie Königinnen, Könige, Pagen, Ritter, kann für beide Geschlechter stehen. Und denkt bitte immer daran, zumindest bei meinen Videos geht es immer um das Kollektiv. Das heißt, die Legung ist an alle Waagegeborenen gerichtet. Und deswegen kann und wird es auch passieren, dass sich hier ein Einzelner nicht wiederfindet. Wenn ihr die Videos im November noch schaut, ist es möglich, dass gewisse Ereignisse, Veränderungen, die hier ersichtlich werden, für euch noch nicht so ganz nachvollziehbar sind. Vielleicht auch einiges für euch überraschend kommt. Trotzdem gibt es ja sowas wie eine Resonanz. Das heißt, wenn du das Video schaust, entweder es zieht dich rein und du bleibst da interessiert, dann resonierst du wahrscheinlich mit der Legung. Wenn du das Gefühl bekommst, oh nein, das spricht mich jetzt hier gar nicht an und ich verstehe gar nicht, was sie da erzählt, dann ist es nicht für dich gedacht. Nicht weiter schlimm, dann mach das Video bitte weg und dann vielleicht beim nächsten Mal. Dann lege ich mal los und schau mal, was ist hier das Thema, was so generell ansteht im Dezember für die Waagen. Die Herrscherin. So, ich ziehe jetzt weitere Karten dazu, um das so ein bisschen einzugrenzen, dieses Thema, worum es hier geht. So, neun der Kälte. Aus der Münzen. Die Hohepriesterin. Und die Königin der Münzen. Ja, allesamt sehr schöne Karten, also die besten Karten, die ich bisher seit Widder gesehen habe, 4.4.dezember. Also sehr starke Energien auch. Freut mich für euch, das sieht schon mal sehr gut aus auf den ersten Blick. Also wir haben hier zunächst mal die Herrscherin, das ist eine große Arkana. Die Herrscherin, geschlechtsunabhängig, ist eine sehr starke Persönlichkeit, ja. Das ist ein Muttertier, ja, gerade bei der Herrscherin und hier auch bei der Königin der Münzen und bei der Hohen Priesterin geht es sehr stark um beschützende mütterliche Kräfte, ja. Um Familienverband, um Stärke, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig beschützen, jemanden beschützen, so. Alle Schäfchen zusammenhalten und hier ist auf jeden Fall die Energie, die Kraft dazu gegeben, ja. Das ist sehr, sehr schön. Hier auch mit diesem Ars der Münzen eine wunderbare Gelegenheit, eine wunderbare Möglichkeit. Also auch ein Geschenk, ja, könnte hier mit gemein sein, ein sehr schönes Geschenk, was hier präsentiert wird. Dann haben wir hier neun der Kelche. Einfach sehr viel Zufriedenheit auf der Herzebene, ja, eine starke Harmonie. Und, ja, ich denke, ihr werdet einen sehr schönen Dezember verleben. Es wird sehr harmonisch, innerhalb der Familie auch sehr friedlich, denke ich mal. Ja, und hier mit der Hohen Priesterin, da werde ich dann später sehen, was es damit auf sich hat, ja. Ja, die Hohen Priesterin ist sehr still und sehr zurückgezogen, aber was mir hier immer wieder auffällt, es geht hier sehr stark um Fruchtbarkeit, dass etwas fruchtbar ist, ja. Möglich auch, dass bei einigen Familiennachwuchs ansteht und das auch ein großes Thema ist im Dezember. Ja, irgendwas ist hier sehr, sehr stark fruchtbar und das auf der Münz- und auf der Kelchebene. Sehr schön. So, ich schiebe mal die Karten hier weiter nach oben, dann lege ich weiter aus und dann nehme ich später nochmal Bezug zu diesen Karten, ja. So, noch ein Stückchen, ja. Okay. Jetzt eine Karte für die gemeinsame Energie zwischen Barge und seinem, ihrem Gegenüber. Der Tod. So, ich lege hier rasch aus, links und rechts. Drei der Kelche. Der Stern. König der Schwerter. Ach, jetzt wollten zwei rauskommen. Na gut, dann mache ich das. So, müssen wir hier ein bisschen Platz schaffen. Zack, zack, zack. Hier sieben der Stäbe und die Sonne. So, und auf der anderen Seite muss ich dann auch fünf ziehen, ne, sonst sieht das doof aus. Ach, hier geliebt. Der ist mir runtergefallen, der Ritter der Schwerter. Vielleicht hat er noch irgendeine Bedeutung. Mal schauen. Ich habe ihn erstmal zurückgelegt. So, drei der Stäbe. Vier der Schwerter. As der Stäbe. Acht der Kelche. Und die Königin der Kelche. Ja, zunächst mal hier die Todeskarte. Als zentrale Karte, gemeinsame Energie. Und hier haben wir direkt die Sonne auf deiner Seite. Ja, der Reiter reitet hier in Richtung Sonne, in Richtung des Sirofanten. Also irgendeine anstrengende Phase endet hier auch, ja. Ja, hier lässt man los. Das machen ja viele, gerade während der Feiertage und so zum Jahresende. Man lässt alles nochmal so Revue passieren und nimmt sich vor, okay, ich lasse jetzt so das Destruktive, das Schlechte lasse ich los. Ich lasse Kontakte los, die mich nicht mehr bereichern. Also, wo ich kein Glück mehr fühle, wo ich keine gemeinsamen Ziele mehr fühle oder wo auch zu viel Streit da ist. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier bei dir drei der Kelche und der Stern. Also, für einige von euch werden hier auch noch ein paar lustige Tage, paar lustige Abende im Dezember haben, in Geselligkeit. Ja, also eine schöne Stimmung hier. Auch Kinder sind hier dabei. Also, hier wird gefeiert, im Kreise der Familie schön gegessen. Es gibt hier auf jeden Fall Grund zur Freude. Sehr, sehr schön. Hier auch diese Sternkarte, die Schutzkarte, die Heilungskarte. Also, eure Vorhaben stehen hier unter einem guten, beschützten Stern. Ja, ihr fühlt euch auch sehr frei. Ihr nehmt euch auch die Freiheit, das zu tun, was euch bereichert. Ja, hier der König der Schwerter, das ist eure Energie. Und dann haben wir hier noch diese sieben Stäbe und die Sonnenkarte. Ja. Naja, der König der Schwerter ist ja ein kluger Kopf, der vorausschauend plant. Und du hast hier schon deine Pläne aufgestellt, wie es so die nächsten Wochen ablaufen soll, was da stattfinden soll. Und du sagst dir, irgendwas will ich mir hier vom Hals halten. Also, irgendwas tue ich mir hier nicht an. Irgendwas mache ich hier nicht mit. Weil ich möchte in meiner Balance bleiben, in meiner Mitte bleiben. Ich möchte sehen, dass es mir gut geht, dass ich entspannen kann. Dass ich für mich da die besten Momente raushole. Und alles, was ich nicht so schön finde, was mir nicht so gut gefällt, das halte ich hier von mir zurück. Das machst du aber auch irgendwie sehr bedacht. Ja, sehr vernunftsorientiert finde ich auch gut. Ja, weil wenn man sich da zu viel aufbördert, man muss immer wissen, wo die Grenze ist. Ja, um auch die Balance zu bewahren. Ja, immer nur geben, geben, geben und überall mitmachen. Das führt ja nur zu Stress und zu Überbelastung. Ja, sehr gut. Weil wir haben hier auf der anderen Seite eine Königin der Kelche. Damit fange ich erstmal an. Eine Königin der Kelche und daneben, ach, der Kelche, ja. Hier ist jemand extrem emotional aufgestellt. Vielleicht auch übertrieben emotional, ja. Hier ist jemand, dieser Mensch hat eine Tendenz, sich übermäßig irgendwo reinzusteigern. Und ist hypersensibel und reagiert auch sehr empfindlich auf alles Mögliche. Und, ja, ich sehe diesen Menschen schon in irgendeiner Übertreibungssituation. Es wird alles sehr schnell weinerlich und oder auch überspitzt dargestellt, ja. Man muss da sehr arg aufpassen, dass dieser Mensch hier nicht aus seiner Balance rauskommt und nicht verletzlich ist. Und, ja, irgendwie jammert dieser Mensch hier sehr viel rum, habe ich den Eindruck. Ja, ob berechtigt oder unberechtigt. Jemand ist hier sehr nah am Wasser gebaut. Und ich glaube, entweder stresset sich das, willst du das nicht haben. Oder du sagst, ich muss hier vorsichtig mit diesen Menschen agieren. Weil ich weiß, er, sie ist immer so empfindlich, vielleicht auch jemand aus der Familie, ja, der Weihnachten anwesend ist. Und du weißt, okay, da genügt irgendwie ein unpassendes Wort. Und da wird gleich das Taschentuch rausgeholt. Also sowas willst du hier nicht haben. Und du sorgst dir auch vor, dass hier Harmonie gewahrt bleibt. Ja, dann haben wir hier ein schönes Ast der Stäbe. Ja, hier kommt irgendeine nette Einladung. Irgendeine nette Idee, wo man noch was starten könnte im Dezember. Aber ich weiß aber nicht, ob du das annimmst. Also ich weiß nicht, ob du hier so für Experimente, für Überraschungssachen offen bist. Also du machst dir hier so einen schönen Plan zurecht, wie du so Dezember verbringst. Und ich glaube, hier der König der Schwerter möchte nicht so gerne von seiner Planung abweichen. Deswegen, denke ich mal, könnte hier auch irgendwas Spontanes von deiner Seite abgesagt werden. Hier ist auch jemand mit drei der Stäbe. Jemand macht sich hier große Hoffnung, irgendwas zu starten, irgendwas aufzubauen. Irgendein Event, eine Veranstaltung, ein Treffen hier im Dezember. Aber das könnte hier auch nicht stattfinden. Ja, könnte sein, dass hier jemand überraschend doch absagt. Nicht mitmachen möchte, nicht mitmachen kann. Ja, vielleicht hat jemand die Absicht, etwas anzuleiern. Aber dann geben das die Rahmenbedingungen einfach nicht her. Also jemand muss sich hier auch offensichtlich zurückziehen. Braucht hier auch sehr viel Ruhe. Ja, vier der Schwerter ist immer so. Ich muss mich zurückziehen, zur Ruhe kommen, weil zu viele Gedanken, zu viele Sorgen, irgendwie zu viel los da im Kopf. Ja. Na, während du hier so agierst, hältst du dich aber sehr stark zurück. Also du machst hier vieles mit dir so aus, denke ich mal. Du stellst hier für dich so einen konkreten Plan auf und verfolgst diesen auch. Und wenn dich hier jemand stört oder irgendwas stört, das behältst du dann auch so für dich. Also du gießt da nicht Öl ins Feuer. Du suchst hier elegant irgendwelche Wege, um eventuellen Konflikten oder unangenehmen Situationen vorab schon aus dem Weg auszuweichen. So. Ja, ich schaue mal, wie das hier weiterlaufen könnte. Ritter der Stäbe. So, ich lege mal links und rechts rasch aus. Da ist er. Der Ritter der Schwerter, der ist vorhin schon rausgefallen. Den habe ich wieder reingenommen. Sechs der Münzen. Sieben der Schwerter. Neun der Kelche. Ja, da haben wir auch die neuen Kelche. Ist aber ein anderes Deck. So, auf der anderen Seite. Die Königin der Stäbe. Fünfter Münzen. Erst der Kelche. Und sechs der Stäbe. Ja, wie geht es hier weiter mit dem Ritter der Stäbe? Sehr chaotisch und unbeherrscht. Also hier überschlagen sich in Zukunft die Ereignisse irgendwie. Aus diesem konstruktiven Geplanten wird hier irgendwie Chaos in Zukunft. Jemand bringt hier Unruhe rein durch sein Eheverhalten. Also irgendwas ist hier ziemlich überrumpelnd. Also jemand reagiert hier kopflos. Jemand macht hier irgendetwas, tritt hier irgendwas los, was nicht konstruktiv ist. Ja, und dieser Mensch fühlt sich dabei auch noch sauwohl. Wir haben hier die Königin der Stäbe, sechs der Stäbe, hier diesen Ritter. Also jemand in deinem Umfeld macht hier in Zukunft irgendwelche Aktionen, wo du sagst, also was soll das denn? Also total chaotisch. Ja, und hier mit diesem Ritter der Schwerter macht dich das fuchsig. Das gefällt dir gar nicht. Könnte auch jemand aus der Familie sein, weil hier ist diese Harmonie-Karte. Ja, dieses, naja, wenn es darauf ankommt, dann sind wir alle friedlich und glücklich zusammen, beisammen. Aber irgendwas schmeckt dir nicht. Ja, schon im Dezember blockierst du hier etwas, eine Situation oder jemanden in seinem Tun. Ja, diese Stäbe, das gefällt dir hier nicht. Und das geht auch so weiter, bloß du versuchst dich hier zunehmend da so ein bisschen rauszuziehen. Ja, du willst da nicht zu sehr in irgendwas reingedreht werden. Ja, ich habe hier den Eindruck, hier ist auch irgendwie jemand unterwegs. Der hat hier seine Basis, seine fünf Münzen. Ja, jemand hat hier irgendwie so eine Stabilität, einen bestimmten Alltag mit jemandem. Und da will dieser Mensch aber nicht bleiben. Dieser Mensch möchte immer bei dir anzapfen. Ja, dieser Mensch sagt, ich gehe lieber hier zu der Waage. Da gibt es mehr, da gibt es Besseres, da gibt es noch ein Lächeln. Also jemand ist hier unterwegs, der anstatt sich um sein Fundament, seine Basis zu kümmern, immer wieder hier versucht bei dir. Und du sagst, nö, mach doch hier dein Ding, mach doch hier deine Baustelle weiter. Du musst hier bei dir die Sachen aufräumen und nicht einfach immer zu mir kommen und mich hier anzapfen, anbetteln, ja. Das ist ja fast schon so ein Gebettel hier. Wir haben arme Kinder, die barfuß dastehen. Und du sagst hier jemandem, du musst hier deiner Verantwortung gerecht werden, ja. Und nicht hier dieses Oberflächliche, nicht dieses Zerstreute oder Chaotische. Ja. Hier versucht auch jemand immer wieder, über diese Kelchenergie an dich heranzukommen, ja. Über süße Worte. Könnte hier diese Königin der Kelche sein, ja. Die hier nicht so ganz zufrieden ist mit ihrer persönlichen Situation. Und irgendwann kommt die auf so eine Idee, hier was ganz anderes zu machen, alles irgendwie über Bord zu werfen und dann aber bei dir so einen Schutzanker suchen. Und das gefällt dir nicht, ja. Deswegen hier auch mit diesen ersten Münzen, das sehe ich ganz stark bei dir. Du bist hier sehr gebend, sehr beschützend. Aber irgendwann in Zukunft sagst du dann auch, also hier ist ein Limit. Da mache ich nicht weiter mit. Das ist deine Verantwortung, ja. Ja. Also sehr viel verschiedene Energie hier, wirklich. Also extrem viel los. Du versuchst hier den kühlen Kopf zu bewahren. Finde ich auch richtig. Also hier ist einiges an Einflüssen, an Action und verschiedene Persönlichkeiten, die hier auf dich zukommen. Und ich denke mal, du bist hier sehr oft die beschützende, heilende, mütterliche Kraft, die hier sehr viel ausbalanciert. Ja, aber das auch bis zu einer gewissen Grenze. Wenn du merkst, dass hier jemand versucht, so die Verantwortung auf dich zu schieben, um dann selber so sein eigenes Ding zu drehen. Ich glaube, dass ab dem Punkt sagst du dann, nee, stopp. Ja. Na gut. Ich beende das jetzt hier. Ich wünsche euch wunderbare Weihnachten, einen guten Rutsch, ja. Besinnliche Tage, voller Genuss, mit gutem Essen, im Kreise eurer Lieben. Alles Gute. Macht's gut. Tschüss.